Oh, ich habe richtig schlecht geklatscht. Den Klatschen-Gag haben wir schon gemacht. Das geht nicht noch. Ja, ich weiß. Willkommen bei Antenne Höllenschlund. Mit Sandra und Stefan. We're just gonna play with matches, run with scissors, take candy from some guy. I don't know his name. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Höllenschlund. Hallo Sandra. Ja, moin. Hallo liebe Zuhörernden. Hallo. Kannst du dich an das Zitat erinnern, ich mag es? Ich habe gerade überlegt, ich kann es der Person nicht zuordnen. Nicht? Okay, dann sage ich es dann, wenn wir dort sind. Ich finde eigentlich, das ist ein typisches Zitat für diesen Charakter. Aber egal, wir kommen dann dazu. Heute? Ja, jetzt fange ich an zu denken natürlich. Oh scheiße, jetzt habe ich den Kopf eingeschalten. Mist! Ja, fuck. Jetzt höre ich dir nicht mehr zu, bis dann das Zitat kommt. Kannst du alleine machen. Na, dann prubbel ich einfach den Standardkram runter. Denn heute reden wir über die zweite Folge der fünften Staffel von Buffy im Band der Dämonen. Wir sind im vollen Gange. Das geht hier ohne Pause weiter, bis wir zur letzten Episode kommen, Leute. Und wenn hier eine von uns stirbt, dann machen wir einfach mit jemand anders weiter. Hier gab es keine Pause. Oh gruselig! So, jetzt hat er es mal laut ausgesprochen. Oh gruselig! Vor allem dieser Gedankengang, ne? Wir erfahren, dass die andere Person, dass da irgendwas passiert ist und sofort wird umgeswitzt. Jackie, du musst einspringen. Ich finde es gruselig auf der Mittag! Also ich gehe ja von meinem Tod aus, nicht von deinem. Du wirst noch ewig leben, weil du so jung und gesund bist und so. Okay. Oh Gott, oh Gott. Kommen wir zur Folge. Das ist jetzt natürlich alles rausgeschnitten worden. So. Regie führte David Grossman. Und Drehbuch schrieb David Fury, der sich ja so ein bisschen, ein bisschen gemausert hat, ne? Der hatte ja, sein erstes Drehbuch war ja dieses Miese mit seiner Frau, mit den Fischmännern. Ach ja, um Gottes Willen. Und seitdem hat er eigentlich ganz gute, ganz okay bis ganz gute Drehbücher geschrieben. Ja. Und heute reden wir über die Folge Real Me, die in den USA am 3.10.2000 ausgestrahlt wurde. Und wir reden auch über die Folge Lieb Schwesterlein Meinen, die in Deutschland am 7.11.2001 ausgestrahlt wurde. Welchen Titel mögst, magst du denn jetzt lieber? Ich weiß gar nicht. Eigentlich den Deutschen sogar in dem Fall. Ja, weil der auch so krass deutsch ist, ne? Lieb Schwesterlein Meinen. Ja. Ja, irgendwie schon. Weil Real Me finde ich so ein bisschen, ein bisschen lame. Aber verrät halt nicht so viel. Ja. Generell verraten die Folgentitel, also zumindest die ersten vier, die ich gesehen habe, ja, wie du schon gesagt hast. Schon ein bisschen was, so. Nur ein bisschen, aber. Na, so. Sandra. Ja. Ich muss ja immer mal nachhaken. Nach über drei Wochen, nach deiner Superheldenlandung. Wie geht es deinem Knie denn heute? Mein, mein, mein Knie ist wieder okay. Also es ist noch ein bisschen scharf auf, auf dem Knie, aber es eitert nicht mehr. Und ich, und ich, ich kann wieder laufen, ohne dass es so zwackt. Zwackt. Aber mein, also naja, so unter der Haut, weil wenn du dir das Knie aufreißt, ist es halt scheiße. Musst du ja ständig bewegen. Und mein, mein Schienbein hat keine Schwellung mehr. Also, ist okay. Aber es sind doch keine drei Wochen. Es ist also eine Woche her oder so. Na nicht. Ein bisschen mehr als eine. In unserer Zeit zumindest. Ja, aber wenn die Folge jetzt hier ausgestrahlt wird, sind es mehr als drei. Dann sind es drei. Dann sind es wahrscheinlich auch drei Monate. Hier? Keine Ahnung. Ich habe einen Überblick verloren. Ich weiß auch nicht mehr. Ich habe die Kontrolle über unseren Podcast verloren. Das ist alles outgesorst. Ich schon längst. Ich schon längst. Das können wir uns alles von unserem Patreon-Money, können wir uns da Personal leisten, die das alles für uns machen. Wir sitzen nur noch an dem Mikrofonen hier. Ja, Mann. Ach Gott, oh Gott. Ne, also, ja, es ist fast geheilt. Also heilt es ein bisschen schneller als die Wunde von Angel in der zweiten Staffel? Ja, ich denke doch, ja. Gut, kommen wir zur fünften Staffel von Buffy. Und wir reißen einen kleinen Rückblick ab. Buffy will mehr über den Ursprung und das Wesen der Jägerin erfahren. Sender will nicht mehr der Butt-Monkey von allen sein. Ach ja, und Buffy hat, na ja, so ein bisschen plötzlich eine kleine Schwester. Also für uns war sie ja immer da, nur für Sandra nicht. Und wir starten mit der ersten Szene. Es ist irgendeine Halle. Keiner weiß wo, keiner weiß, wie die da hingekommen sind. Und Buffy macht Meditationsübungen mit Giles. So richtig Jägerin-Style. Über den Ort habe ich mir gar keinen Gedanken gemacht. Und nicht einfach im Schneidersitz, sondern wie Luke Skywalker über dem Kopf und mit Fancy-Steinen. Stimmt, Luke Skywalker. Tatsächlich. Fancy-Steine. Dieses Training wird aber von einer Person unterbrochen. Auftritt Michelle Trachtenberg. Reden wir kurz über Michelle Trachtenberg. Ihre erste Rolle hatte sie in Lawn Order mit sechs Jahren. Und sogar mit Sarah Michelle Gellar hat sie in All My Children zusammen gespielt. Sag mal, was ist das für eine Vetternwirtschaft hier die ganze Zeit? Vielleicht kennen Sie einige als Tochter in Inspector Gadget. Ich persönlich liebe sie, weil sie in Eurotrip mitspielt und ich diesen Film sehr, sehr mag. Bis 2018 war sie auch recht aktiv in Nebenrollen und in Filmen. Natürlich kann sie heute auch Produzentin in ihre Vita schreiben. Natürlich. Auf diesen Schreck headbangen wir erst mal. Die hat jetzt dunkle Haare, ne? Die hat jetzt schwarze Haare, die Schauspielerin. Die Michelle Trachtenberg? Ja. Hast du mal Bilder von heute angeguckt, ja? Nee, deswegen halt nicht. Also ich, als das hier mit Joss Whedon, bitte Geräusch, passiert ist. Du kannst das so gut deswegen, ich will das nicht machen. Dann gab es von ihr ja auch so ein Interview und das durfte ich dann nicht lesen. Und da habe ich einmal nur so ein Bild gesehen, wo sie halt schwarze Haare und hat auch ziemlich, also die Augen relativ dunkel, ne? Das ist so ihr Style. Ja, sie hat sich auch geäußert zu den Vorwürfen. Genau. Und da durfte ich dann nicht, weil, Spoiler, höh. Stimmt. Und deswegen habe ich mich gar nicht weiter mit dieser Person jemals beschäftigt. Aber ich hatte diese schwarzen Haare im Sinn und als ich die kleine Schwester da gesehen habe, da war sie ja nun logischerweise auch noch etwas jünger. Also da, ah, das ist das Gesicht, nur viel jünger. Ja. Das Intro ist vorbei und Michelle Trachtenberg ist jetzt offiziell Hauptdarstellerin dieser Serie. Es wurde auch langsam Zeit, wie ich finde. Also wir haben es uns ja lange nur noch angeguckt mit ihr. Ich finde, sie hat das auch verdient mittlerweile. Und nach dem Intro starten wir mit der kleinen Dawn. So heißt die Kutzte nämlich. Ich kling so richtig pissig, oder? Ich hoffe es, ich hoffe es, dass es ins Zimmer kommt. Okay, ja, ich mache weiter. Ja. Die kleine Dawn. Hallo Dawn. Und der Autor, Fury, arbeitet diese Folge mit einer Stimme aus dem Off. Nämlich ihrer. Dawn ist nämlich die Erzählerin der Folge. Wir hören, was Dawn in ihr Tagebuch schreibt. Das ist ein neues, also für Buffy oder für die Serie Buffy ist es ein neues Stilmittel, was für uns natürlich ein altbekanntes ist. Ich persönlich mag es, kann aber verstehen, dass es für viele so ein überstrapaziertes Werkzeug ist. Also viele nervt so Stimme aus dem Off-Erzählungen. Ach, passt schon. Dorn. Finde ich nicht so schlimm. Ja. Erklärt uns ihre Beziehung zu ihrer Schwester. Typische Schwestern-Rivalität. Ihre große Schwester ist die Weltretterin. Alle verehren sie dafür. Ist ja gar nicht so wild, was sie da macht. Bla, bla, bla. Toll finde ich hierbei, dass wir, während wir Dawn zuhören, dieses Beziehungskonstrukt durch die Situation am Frühstückstisch gezeigt bekommen. Mhm. Also wie sie sich da gegenseitig die Cornflakes klauen und die Milch leer machen und so. Das fand ich irgendwie cool choreografiert so, ne, dass Dawn hier auch irgendwie alles wegnimmt und Buffy dann so darstellt und ich so, boah, ey. Das ist auch fast wie so ein Tanz, ne? Ja, ja, ja. Deswegen sage ich halt choreografiert. Das fand ich, das hatte so einen Flow irgendwie. Das war cool. Aber ich möchte kurz seinen Stichpunkt teilen. Nach dem Intro habe ich geschrieben, ich hasse alles. Ich hasse ja erstmal alles. Wir müssen jetzt erstmal wieder zurückholen, sonst bin ich hier gar nicht mehr dabei. Erstmal grundsätzlich angepisst hier. Ich habe keinen Bock mehr. Ja. Es sind offensichtlich noch Ferien. Buffy soll Dawn mitnehmen, ihre Schulutensilien zu kaufen, da Buffy mit Giles eh zum Magic Shop, also in die Innenstadt will. Und zum zweiten Mal sind beide jungen Damen nicht davon begeistert. Wie schon letzte Folge. Es fällt ein schöner, kleiner Harry-Potter-Gag. Ja. Als es darum geht, aber im Magic Shop kriegt sie doch keine Schulutensilien. Und Dawn so, ich gehe auch nicht nach Hogwarts. Und Buffy so, hä? Ja. Und dann sagt doch Dawn, das muss ich ihr zugutehalten, sagt doch Dawn so was. Alter, nimm halt mal ein Buch in die Hand, so auf die Art. Ja, genau. Gott, lies ein Buch. Das ist wirklich gut. Da war ich auf ihrer Seite, ja. Du hast, du hast, ich muss, ne, also ich muss mehrfach sagen, du hast, du hast, oft hast du gelacht, wenn Dawn die Giles gemacht hat. Ja, ja, doch. Also ich persönlich mag sehr die Dynamik zwischen den beiden Schwestern, weil hier muss auch viel etabliert werden, ne, uns wird ja, uns wird ja erzählt, dass Dawn schon immer da war. Mhm. Und da muss halt jetzt viel erzählt werden, auch wie die Beziehung zu den, zu unseren anderen Charakteren ist. Was ja, ne, als Erstseher schon verwirrend sein kann, oder? Ja, ja, so ein bisschen. Und so persönlich stelle ich mir ja auch Beziehungen zwischen Geschwistern vor, beziehungsweise wenn man mit seinen Geschwistern aufgewachsen ist, was ich ja nicht bin. So. Ja. Wir bekommen ab jetzt jede Beziehung von Dawn zu unseren bekannten Charakteren näher gebracht. Das geht so nach und nach. Riley kommt vorbei und Dawn scheint Riley nicht wirklich zu mögen, beziehungsweise sieht sie ihn halt nur als den Freund ihrer Schwester und er behandelt sie auch wie ein Kind und es gefällt einer 14-Jährigen ja mal gar nicht. Mhm. Riley ist da, um deren Pläne umzusetzen, die Buffy anscheinend extrem vergessen hat. Und anstatt ihr dafür Vorwürfe zu machen, ist er nichts als unterstützend. Was ein dreckiges, langweiler Arschloch. Da mag ich ihn wieder. Da ist er wieder cool, ne? Ich mag den. Auf dem Friedhof ist er wieder cool irgendwie. Außer der ist halt, ne? Außer diese Minderwertigkeitskomplexe, die manchmal durchkommen. Ja. Ja, ist okay. Also, ja, kann man ja drüber reden. Ich mein, Kei Mensch ist perfekt so. Ich mag den, aber ist halt ein erwachsener Typ. Also. Äh, 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 ganz kurz zu Dawn noch. Ja. Ähm. Ich, ich find's so lustig, wie sie, also wie du erzählt hast, wie sie so über Riley denkt und so von wegen, die machen halt ständig mit, also Buffy und Riley machen die ganze Zeit so miteinander rum und dann sagt sie so ein bisschen verächtlich, sie hat bestimmt schon mal Sex. Wie so eine 14-Jährige halt über Sex denkt. Ja, ja, ja. Keine Ahnung, was das ist und keine Ahnung, wie man es macht. Ja, ja. Aber also, das fand, das find ich sehr gut, äh, charakterisiert so. Mhm. Das, das, das Hirn einer 14-Jährigen, die halt auch voll in der Pubertät ist und so. Mhm. Finde ich, das find ich gut gemacht, das zieht sich auch durch, durch die, durch die Folge so, diese ganzen Gedankengänge, so ein bisschen naiv und so ein bisschen, ein bisschen zickig und, ah, die Schwester und Rivalität und überhaupt, also, find ich gut gemacht. Gleich danach sitzen wir mit Buffy, Dawn und Giles in seinem neuen Auto, denn wir erinnern uns, das letzte Foto von Spike gecrashed. Ja. Und es ist natürlich, es ist ein rotes Cabrio, da hat sich, hat sich jemand richtig der Midlife-Crisis hingegeben. Wie, 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 wie dann auch dieser Spruch kommt mit dem, it seduced me, oder irgendwie so. Ja, well, it seduced me, all red and sporty. Ja, genau. Und dann ist er angepisst, weil es ein Automatik-Auto ist, oder was war das? Genau, er kommt mit der Automatik-Scheidung nicht zurecht. Ja, ja. Haben sie mit dem Motor geschalten? Ja. Ich will auch was machen beim Autofahren. So. Das ist alles, alles sehr schön, was in dem Auto passiert. Dawn gefällt natürlich die klassische Musik nicht, die im Radio gespielt wird. Als sie sie ändern will, bekommt sie den Anranser vom wiederernannten Ehrenwächter. Und da lernen wir dann ihre Beziehung zu Giles. Die ist auch nicht so die coolste. Sie trennen einfach zu viele Jahre. Sie weiß zwar nicht, wie alt er ist, hält ihn aber für sehr alt. Ja. Dass er im Grunde eigentlich so alt ist wie seine Mutter, wie ihre Mutter. Das kommt nicht ins Spiel. Ja, ist richtig. Aber, naja, ich meine, als du 14 warst, hast du auch gedacht, jemand mit 30, 35, 40 ist uralt, ey. Jetzt guck dich an. Ja, ich halte mich auch jetzt für uralt, also so ist es nicht. Aber damals hast du dich noch für jung gehalten. Und 30-Jährige für uralt, also passt doch. Ja, ja. Achso, naja, dann, ja, ja gut, ja gut. Als sie dann Willow und Tara auf der Straße erkennen, kommt von Giles der beste Satz. Oh, sie haben mein neues Auto noch nicht gesehen. Ja. Und sie geben sich angetan von dem Auto. Und Tara und Willow scheinen Dawn sehr zu mögen. Und sie sind jung und coole Hexen, das zieht Dawn an. Und sie hat wohl mal Joyce gesagt, dass sie mal wie Tara und Willow werden will. Und dabei sei Joyce sehr ruhig geworden und hat sie aufs Zimmer geschickt. Ja. Und dann sagt sie ja so, ja, vielleicht ist die Generation einfach nicht cool mit Hexerei. Es ist so gut, das ist so gut, ne. Das ist so zweifach gut. Einmal diese Anspielung auf Homosexualität und Joyce kann da nicht mit umgehen, weil es nicht ihre Generation ist. Und wenn du auch überlegst, wir schreiben jetzt das Jahr 2000, Joyce ist irgendwo in ihren 40ern, das heißt, die ist irgendwo in den 50ern, 60ern geboren, wenn ich jetzt richtig rechne. 60er. Ja, ich hätte jetzt 60er gesagt, ja. Joyce ist fast die Generation meiner Oma. Und na klar können wir nicht so gut mit Homosexualität umgehen wie die Generationen danach. Ja, ja. Ja, ja. Und das finde ich so gut. Und die zweite Ebene ist noch ein bisschen unschuldiger und witziger. Es gab mal eine Folge mit einer Hexenverbrennung, ne. Und ihre Tochter sagt, sie möchte gerne mal eine Hexe werden. Ja. Also, ja, da war Joyce ja auch, ne. Aktiv. Gut dabei bei dieser Aktion. Buffy bekommt Anerkennung von ihrer Freundin Willow für ihr neues Engagement bezüglich ihres Jägerinnen-Daseins. Leider wird sie dadurch aber auch am College Kurse streichen müssen. Das gefällt der kleinen Weide aber gar nicht. Dadurch fallen nämlich gemeinsame Kurse weg. Und da ist das Engagement gar nicht mehr so geil. Es gibt nämlich ein ganzes Freundschafts-Loophole, sagt sie. Das ist so süß. Der ganze Dialog ist wieder süß. Sie wollen dann in die Magic-Box. Drinnen ist alles verwüstet. Und ein weiterer Besitzer hat das Zeitliche gesegnet. Ja. Dawn soll die Leiche nicht sehen und wird sehr rüde von Buffy nach draußen geschickt, was ihr natürlich sehr missfällt. Wir erfahren jetzt durch, auch nur durch Dawn, was drinnen passiert. Weil bisher ist die Folge ja komplett aus Dorns Sicht erzählt. Sie hingegen, also sie sieht durch den Spalt des Fensters, sie hingegen wird dann aber draußen von einem extrem verwirrten und verwahrlosten Mann angesprochen. Er scheint unter akustischen Halluzinationen zu leiden. Er sagt immer, hört auf, als würde er stimmen oder Geräusche hören. Zum Schluss blickte er aber dann direkt in die Augen. Nebenbei, das ist für viele psychische Erkrankungen oder viele psychische Kranke oft schwer, Augenkontakt zu halten. Aber hier scheint er ihr genau konzentriert in die Augen zu sehen. Also ist er komplett auf sie konzentriert. Und er betont, sie zu kennen und genau zu wissen, was sie ist und dass sie nicht hierher gehöre. Sandra, jetzt kommst du. Ja, also, ich meine, ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Infos bisher. Okay, du wartest noch weiter ab erstmal. Ja. Okay, gut. Ja, gut. Also, ich meine, du hast mich ja erlebt, wie empört ich war. Ich muss das ja jetzt erstmal ausspielen. Gut, dann mache ich. Ich muss das ja jetzt erstmal, na, also, das machen wir dann hinterher, weil ich also, ja. Dann mache ich erstmal weiter. Das ist jetzt zu viel. Ja. Er sagt, I know you, Curts and Way. Und das geht wohl auf einen Kinderreim mit dem Titel Little Miss Muffet zurück. Und auf diesen Reim hat Faith in Buffy's Traum in Graduation Day Part 2, übrigens einer der besten Staffelfinals der Serie, schon angedeutet, quasi als Foreshadowing für Dawns Erscheinen. In Finale der dritten Staffel wurde schon angedeutet, dass da wer kommt. Okay. Oder? Na ja, weiß ich nicht. Glaubst du nicht so, ne? Weiß ich nicht. Glaubst du nicht so. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Na gut. Wie gesagt, ich glaubte ja nicht mehr so viel wie vorher, ne? Also, der Fakt, den ich hier gerade genannt habe, der ist passiert, ne? Ja, ja, das ist mir bewusst, aber ob das jetzt so geplant war, hm. Hm, doch, also das ist schon bekannt, dass Joss Whedon öfter mal Dinge anteast in Staffeln und Dinge dann später verwendet. Achso, okay. Achso, ja gut. Ja gut. Ja gut. Achso, Entschuldigung. So. So, ja. Tara sucht nach der Werbepause Dawn vor der Tür auf. Dawn scheint sehr mitgenommen. Tara versucht zu helfen. Wir haben einen schönen, intimen Moment, bei dem beide SchauspielerInnen gut glänzen können und ihre Beziehung wird gefestigt, da sie sich ja beide eher so als Außenseiter, als die Extras in der Scooby-Hierarchie sehen, sind sie, ne? Sie sind nicht diese eingesporene Gemeinde, sie sind eher so Beiwerk. Und dann kommt's noch zu einem epischen Daumenkampf zwischen den beiden als Bewältigungsstrategie und zum Zeitvertreiben. Ich mag Tara voll in der Szene, ne? Also, ich mag die ja generell sehr gerne, aber das ist so, also natürlich ist sie so ein bisschen außen vor auch, klar, aber dass sie dann auch überlegt, wie sie Dawn so ein bisschen ablenken kann, weil ich mein, Dawn hat mit 14 Jahren jetzt halt was gesehen, was man vielleicht nicht sehen sollte mit 14 Jahren, auch wenn sie nicht den ganzen Körper gesehen hat und da ja auch direkt Stress entstanden ist, von wegen, bringt sie raus, bringt sie raus. Und dann finde ich das irgendwie niedlich, dass die sich so ein bisschen um sie kümmert in dem Moment, dass sie halt nicht alleine da draußen sitzt, sondern ... Super sympathisch, äh, empathisch. Und auch sympathisch. Auch beides, ja. Super sympathisch. So. Jetzt brechen wir aus aus dem bisherigen Erzählstil, denn wir sehen Buffy, Giles und Willow im Magic Shop, die herausfinden wollen, von wem und warum der Besitzer gebissen und ausgesaugt wurde. Ob etwas gestohlen wurde zum Beispiel und zu Buffys Bestürzung unter anderem ein Buch über Jägerinnen. Anscheinend ist noch jemand interessiert, mehr über die Jägerin zu erfahren. Während Giles so das Inventarbuch durchgeht, fällt ihm auf, was der Laden für eine unglaubliche Gewinnspanne hat. Man könnte auch exportieren. Und deswegen kommen immer wieder neue Besitzer in, trotz der hohen Mortalitätsrate. Sandra, Sandra, was ahnt da dein vorherseherisches Auge? Also da dachte ich mir schon so, hm, wenn Giles das so bewusst ausspricht und sich so umguckt und das Set auch so ausgeschmückt ist, hm, eventuell möglicherweise könnte dieses Set häufiger verwendet werden in Zukunft. Vielleicht eventuell möglicherweise. Hm, also, ja, fand ich, also, sollte wahrscheinlich auch so offensichtlich sein, ne, aber. Naja, kommt ja auch am Ende der Folge, wird's ja auch aufgelöst. Ja, 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 ja. Aber der Spruch war ja schon. Aber ich fand schön, dass du genau zu dem Moment dann auch drauf gekommen bist. Hm. Man stellt dann noch fest, dass ein hässliches Keramikeinhorn gestohlen wurde. Ja. Und bevor mir hier irgendwas unterstellt wird, Einhörner sind ja schon cool und so, ne? Also das letzte Einhörner heule ich auch jedes Mal. Aber Dekoartikel aus Keramik sind einfach Schmutz und ihr solltet euch schämen, wenn ihr welche habt. Schmutz. Danke für mein TED-Talk. So. Bitte. Schnitt zu Harmony und ihren Minions. Oh, ja. Denn Harmony ist wieder da und sie steckt hinter dem Überfall auf den Magic Shop. Einer ihrer untergebenen Vampire, untergebene Vampire, hat ihr das Einhorn geklaut und sie ist begeistert. Und reden wir kurz über den Fact, Harmony hat Leute, die für sie arbeiten. Wie hat sie sie überzeugt, bitte? Hm. Vielleicht, weil sie hübsch ist. Möglicherweise, denn die Antwort bekommen wir ja so indirekt ein bisschen, als einer noch mal am Ende fragt, und wann ficken wir, also wann tun wir es? Und es wird ja eigentlich angespielt, dass die den Plan durchziehen, aber Harmony denkt halt, es geht um Sex. Aber ganz ehrlich, ich kann mir keinen anderen Grund vorstellen, warum sie ihr folgen sollten, außer zwielfältige Hintergedanken. Ja, ne? Hm. Naja. Naja. Die neue Erz-Nemesis der Jägerin plant sie also zu töten. Ja. Und. Das ist super. Super geil. Super geil. Ne, das ist auch so super, ne? Sie verwenden so Harmony so eine richtig harmlose Gegnerin, über die man ein paar Witze machen kann. Ja. Weil die einfach jetzt, wir brauchen jetzt eigentlich keinen Gegner hier. Wir müssen uns eigentlich jetzt mal drauf konzentrieren, dass da plötzlich ein neuer Charakter da ist, die für alle nicht plötzlich da ist. Ja. Nur für uns. Ja, ja, ja. Gehen wir mal ins Summershaus. Ähm. Buffy wird angeranzt, weil sie Dawn zu einem Tatort geführt hat und sie eine Leiche gesehen hat. Und. Nachvollziehbar. Gleich im nächsten Atemzug kann sie heute auch nicht auf Dawn aufpassen, während Joyce natürlich wieder beruflich weg muss. Muss Buffy auf Patrouille. Und ich, ne? Also wie oft ist dieses Gespräch wohl in den letzten Jahren gegeben hat? Hm. Äh. Also muss ein Babysitter her. Darauf protestiert Dawn. Ich brauche keinen Babysitter. Zander wird genannt. Und Dawn auf einmal. Okay. Ja, sie steht direkt im Türrahmen so. Aber guckt auch ganz niedlich. Okay. Ja. Und stellt sich raus, die kleine Dawn hat so einen Crush auf Zander. Was ich schon irgendwie niedlich finde, ne? Mhm. Ja, süß. Als er kommt, hören wir sie in ihr Tagebuch schwärmen, dass er sie und jede andere Person nicht von oben herab behandelt, sondern gleichwertig. Hm. Und sie sieht das zwar aus der Sicht einer verschossenen 14er, aber in gewissen Teilen möchte ich ihr da ein bisschen zustimmen. Ja. Zander ist nie arrogant. Ja. Er hat zwar ein bisschen Witze, Tourette, das habe ich auch oft, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde das eigentlich gut charakterisiert von ihr. Ja, ja. Aber jetzt folgen noch andere Gedanken. Für eine 14-Jährige ist es aber auch deep, dass er statt zum College auf den Bau gegangen ist. Er baut und er schafft Dinge. Wow. Ja, ja. Und letzte Woche erst ist er undercover bei Dracula gewesen, um ihn dingfest zu machen. Genau so ist es abgelaufen. Das vielleicht eher weniger, aber dieses auf der gleichen Höhe und so, finde ich schon, passt schon. Aber ja. Dass er respektvoll mit den Leuten umgeht. Und als Zander kommt, kommt dieses Zitat vom Anfang, wo Joyce sagt zu Dawn, sei anständig, benimm dich. Und Zander sagt, wir werden durchs Haus rennen, mit Scheren spielen und von fremden Leuten Süßigkeiten annehmen. Dann hätte ich es ihm doch richtig zugeordnet. Ich bin mir sicher. Leider kommt Zander nicht allein. Anja kommt nämlich auch hinterher. Mit Brettspielen. Also, eigentlich cool, ne? Aber in dem Alter halt ... Aber Anja ist auch richtig on fire, ne? Die hat richtig ... Ja. Anja, ey. Ach ja. Harte ich. Wir schneiden noch mal kurz rüber ins WG-Zimmer von Tara und Willow jetzt. Die ziehen jetzt wohl zusammen. Also ist Buffy raus aus der Bude. Das ist auch wohl das alte Zimmer von Willow und Buffy. Wo sie jetzt, wohnt es unklar, vielleicht mit Riley. Klärt sich hoffentlich noch. Und Tara beschäftigt Dawn noch etwas. Und dieses Außenseiter-Thema. Die Scoobies haben so ein enges Band. Und Tara fällt es schwer, sich da einzugliedern. Willow versucht sie aufzubauen, dass sie doch dazugehört. Und als Erkennungsmerkmal könnten sie auch kleine, süße Ringe oder Schlüsselanhänger bekommen. Ja. Willow ist echt ... Ist schon putzig, ne? Ja. So oft ist die so putzig. Willow sagt auch noch ... Oder du bitte? Nee, nee, sprechen sie. Nee, sprechen sie. Ich wollte nur erwähnen, dass Willow sagt auch noch ... Noch sagt, you are one of the good guys. Nee, aber also ... Also, ne? Hm? 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 Möchten Sie Ihre Ausführungen erläutern? Ich habe eine Beobachtung getätigt. Nee, erzähl da. Ach nein, also ... Ach, ich bin mir nicht so ganz ... Ich habe ja immer noch meine Ideen, so, ne? Aber ... Ja, ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen ... Na, was hast du denn beobachtet, Sandra? Na, dass Tara so ein bisschen ... So reagiert. Die guckt ein bisschen betrüppelt weg, als sie das sagt, ne? Ja, ja, ja. Also, kommt keine richtige Reaktion oder kein Stolz oder so, irgendwie, dass Willow das zu ihr sagt, sondern ... Ich bleibe dabei. Ich bleibe dabei. Ich habe immer noch die Szene im Kopf, dass hier Tara da was weggekippt hat. Wahrscheinlich habe ich das komplett falsch interpretiert. Das hat sich schon längst erledigt, aber ... Nee, jetzt bin ich auf dem Dampfer und jetzt ist es auch so. Wir werden sehen. Jetzt ist mir das auch egal. Wir werden sehen. Keine Ahnung. Warum ist Tara so interessiert an Dawn? Dum, 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 dum. Wir schneiden rüber auf dem Friedhof. Buffy kann nicht aufhören, sich über ihre kleine Schwester aufzuregen und dass Dawn ständig bevorzugt wird. Sie sieht ständig Leichen, seit sie 15 ist. Und das konnte Joyce natürlich auch eine Weile nicht wissen, aber das scheint Joyce nicht zu stören, dass Buffy ständig Leichen sieht. Ja. Und ich liebe es ja, wie Riley dann zusammenfasst, dass Buffy gleichzeitig die Freiheit braucht, Jägerin zu sein, aber dass ihre Mutter sie auch gleichzeitig davor beschützen soll. Und Buffy einfach schön sagt, ich wollte hier keine Erklärung. Ich wollte hier einfach nochmal abhaten. Ja Mann, das braucht man manchmal. Einfach Hass verteilen und dann geht's wieder. Also ich bitte, ich gehe jetzt absolut in eine Sexisten-Schiene, aber ich bin der Meinung, das brauchen Frauen einfach mal. So einfach mal völlig random abhaten gegen irgendjemanden, das einfach mal rauslassen und dann ist auch wieder gut. Warte, lass mich da kurz drüber nachdenken, ob das wirklich nur Frauen sind. Und wenn du dann versuchst, wenn du dann versuchst, da irgendwie drauf einzugehen, ist völliger Schwachsinn. Hör einfach zu. Weiß ich nicht. Könnte ich nicht bestätigen und nicht widerlegen. Sagen wir es so. Okay. Man darf mich gerne eines Besseren belehren. In den Kommentaren, bei Instagram, bei YouTube, bei Twitter und auf unserer Homepage antennehollenschlund.de. Wow. Und Patreon und Onlyfans. Patreon und Onlyfans, genau. Natürlich, natürlich. So, also wird die Beziehung der Schwestern wieder mal näher beleuchtet. Riley denkt, dass, oder interpretiert es so, dass Buffy Dorns Idol ist. Ich fand, Riley hat, also ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ausgedrückt ist, aber ich fand, er sagt, er sagt ja zu Buffy so, du bist, also auf Englisch, you're tense, also angespannt und dann hatet ja Buffy wieder so ein bisschen rum und dann sagt er, nein, domestically tense und ich finde den Ausdruck so nice, so, dass es halt jetzt nicht darum geht, was nicht die nächste Apokalypse steht vor der Tür, sondern dass es halt um dein Privatleben gerade geht, also domestically halt. Und das finde ich irgendwie einen übel treffenden Ausdruck. Das fand ich voll gut zusammengefasst in zwei Worten so. Also, was mit Buffy gerade abgeht, warum die so ist. Also, es ist so ein kleines Detail gewesen, aber fand ich, ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Fand ich einen guten Ausdruck. Ich finde es auch schön, wie alle immer Buffy erzählen wollen, naja, es ist ein Kind, ne? Und Dawn ist halt ein kleines, unschuldiges Kind. Und Buffy, die viel zu schnell erwachsen werden musste, hat halt keinen Bock, sich das ständig anzuhören. Ja. Weil sie durfte nicht unschuldiges Kind mit 15 sein. Mhm. Sie musste mit 16 gegen irgendeinen so einen untoten Meistervampir antreten und sich töten lassen. Ja. Die hatte nicht die Unschuld, die Dawn genießen darf. Also, ein bisschen kann ich sie ja auch verstehen. Sie hatte halt keine Wahl, ne? Genau. Ja. So. Also, Dawn kann das alles haben, was Buffy nie hatte. Hingegen Dawn wieder denkt, ne? Buffy hat alles und kann das gar nicht richtig genießen. Mhm. Genau. So, im Schnitt nehme ich zum Sommerhaus, zum Summershaus, zum Sommerhaus der Summers, wo Dawn nämlich genauso über Buffy lamentiert und Sander versucht zu vermitteln und ist halt total süß, wie sie für ihn schwärmt. Mhm. Und auch, ne? Er sieht mich nicht als Kind, sondern als Frau und sie hat halt die ganze Fresse voller Eis. So süß. Ja. Naja, so funktionieren halt die Hirne einer 14-Jährigen. Und während Anja ... Das hier, nicht die Hirne. Ja. Während Anja wieder mal den Wert von Geld erlernt. Ja. Denn sie versucht sogar, die Kinder aus Spiel des Lebens gegen Geld einzutauschen. Herrlich. Fast komplett zu ihr. Der Spieleabend wird leider rüde unterbrochen, als Harmony eine Steinbotschaft durch das Stippenfenster schickt. Und uh, es geht mal wieder Glas zu Bruch. Prost davor drauf. Und schön ist auch die Nachricht, die auf dem Zettel steht, Slayer come out and die mit einem Smiley als I-Punkt. Ja. Die ist so dumm, ey. Mit rosa Stift geschrieben. Die ist so dumm, ah. Sander empfängt sie an der Tür. Buffy ist natürlich nicht da. Aber wenn sie einmal da sind, kann Sander sich auch gebührend über Harmony's Gang lustig machen. Es ist sogar ein ehemaliger Schulbully von ihm dabei. Er kann sich das leisten. Da Harmony ohne Einladung einer Person, die da wohnt, nicht eintreten kann. Und wieder einmal wird die Chance des Anzündens unterschätzt, wie ich finde. Also komm ich nicht ins Haus, fackel ich's halt ab. Mal ihn ja fressen. Ja. So. Ja, eigentlich ja. Klar. Aber vielleicht sollte man warten, bis die Jäger da ist. Wenn du die Jägerin töten willst, dann zünd einfach die Bude an. Ich meine, wir brauchen aber das Hammers Haus noch, ne? Und ich meine, Harmony ist echt dumm. Also. Auch das. Wie sie später den neuen Plan plant, auch schön. Ja. Senders Ego wird kurz angekratzt, als man sich über sein Engagement für Dracula lustig macht. Aber er hat sich im Griff. Wer aber seine Ehre verteidigen will, ist Dawn. Die Harmony dann prompt zu einem Duell einlädt. Und schon kann sich Harm Sender hermachen. Und es kommt nicht zu dem guten alten bekannten Haar-Zieh-Contest, wie sie es sagt. Und Dawn verschreckt, verpisst sich nach oben. Und die Gang kann zum Glück nicht eintreten. Die Einladung galt nur für Harmony. Und Harmony kann dann wieder rausgeschmissen werden. Sehr passend, wie Anja sich aufregt, dass man im Haus der Jägerin nicht auf die Schnelle ein paar Waffen findet. Irgendwie ein berechtigter Gedanke, oder nicht? Absolut. Also ich würde halt um die Ecke oder im, 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 selbst, selbst Giles hatte im, im, im Regenschirmständer eine Axt. Ja. Irgendwas neben der Tür halt, ne? Ja. So an der Wand, so, 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 so an die Wand geschnallt irgendwie. Und dann kannst du den direkt in der richtigen Höhe greifen und bam. Sander meint, Buffy wird nicht erfreut sein. Schnitt in die Küche des Summers House. Buffy ist da und sie feiert sich einen Weg über Harmony, über ihre Gang und dass sie sie töten wollen. Ja, wie sie sich kaputt lacht. Einfach so gefühlt. Und, also, ich meine, die Szene ist natürlich nicht echt Zeit, aber die hat sich bestimmt eine Viertelstunde oder so darüber einfach bepisst, bevor man mit ihr reden konnte. Im Hintergrund, während dieser, während dieser Szene steht wohl Joss Whedon und versucht zürmischer Geller zum Lachen zu bringen. Geil. Also sie hat auch wirklich herzlich gelacht, so in der Szene. Ja, ja, das war wirklich, wirklich schön. Das Lachen vergeht ihr auch schnell, als sie erfährt, dass Dawn sie hereingebeten hat. Und ich finde Anja hier überraschend einfühlsam, denn sie warnt Buffy, dass Dawn immer noch ganz schön verschreckt sein wird. Das fand ich, fand ich, fand ich einen schönen Charaktermoment. Buffy geht dann natürlich wütend zu Dawn. Wir sehen nicht, wie sie zusammenstaucht. Wir schneiden auf dem Friedhof. Harmony und ihre Minions haben also versagt. Und toll auch, wie, wie ich es nennen will, dieser Deppenscore im Hintergrund läuft. Diese Musik, also wenn man es sich mal anhören will, klingt so ein bisschen wie das Thema der Familie Monster. Ja. Und so ein bisschen wie dieses Düm, 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 Düm. Ja, ja, ja. Also so richtig trottelig. Und das mag ich, um diese Skurrilität dieser Minions und Harmony zu unterstreichen. Sie treffen dann auf Spike. Und der musste wohl als Hauptcharakter nochmal auftauchen. Weil es ist ja jetzt immer im Intro zu sehen. Deswegen eine Folge ohne Spike ist nicht mehr möglich. Und Sparmini leben leider nicht mehr auf. Tja. Schade. Aber schön, wie immer wieder gezeigt wird, wie die Unterwelt mittlerweile über Spike denkt. Also wir erinnern uns an die Tracht Prügel in der Bar. Wir haben ein kurzes Intermezzo mit den beiden. Harmony hat sich von ihm emanzipiert. Ja. Sie geht jetzt ihren eigenen Weg. Spike rät ihr, das Jägerentöten für die Profis aufzusparen. Wen auch immer er damit meint. Er kann es ja jetzt nicht sein. Harmony tut sie ja selbstbewusst. Sie habe einen Plan, der die Jägerin noch vor Sonnenaufgang beseitigen wird. Und Spike so, lass mich raten, eine ihrer Freundin einführen und sie in eine Falle locken. Harmony, nee, was viel besseres. Und er, als er weg ist, übernimmt sie den Plan. Ich habe einen Plan. Ja, genau. Leute. Die ist so dumm. Neuer Plan, oder so. New Plan. Absolut. Ich hasse die. Nee, ich hasse die eigentlich nicht. Ich finde die eigentlich saulustig. Ja, die ist saulustig auch nachher dann in der Höhle. Jägerin, endlich treffen wir aufeinander. Äh, Harmony, wir haben uns schon mal gesehen. Ja. So dumm. So dumm. Ah. Im Summershaus dann wieder zurück, äh, sammelt, also, ne, mittlerweile wurde wahrscheinlich Dorn ordentlich zusammengestrucht von Buffy, sammelt Buffy Waffen zusammen, ne. Dass Harmony ins Haus kommt, macht sie jetzt zu einer Bedrohung, also muss gehandelt werden. Natürlich bekommt Dorn nochmal ihr Fett weg, also während sie abwesend ist. Sie lebt schon ihr ganzes Leben in diesem Haus und kennt die Regeln, wie wir ja auch wissen, dass sie ihr ganzes Leben in diesem Haus lebt und die Regeln kennt. Und noch weitere fiese Sätze, was Dorn natürlich durch die Tür hört und das veranlasst, das hormongesteuerte Teenager-Monster zum Versuch wegzurennen. Anja versucht sie aufzuhalten, wird aber von einem Minion-Vampir ohnmächtig geschlagen und Dorn wird mitgenommen. Dass Anja nicht mitgenommen wird, liegt nur an dem Fakt, dass sie im Haus plötzlich liegt und er nicht an sie rankommt. Mhm. Und, ne, also ich möchte nochmal betonen, eine Woche, und sagt ja auch Xander, eine Woche zuvor hat Joyce noch Dracula eingeladen, aber Buffy will einfach weiter gegen Dorn wettern. Das ist eine ganz andere Kiste, meine Mutter war verzweifelt. Ja, 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 einsam. Aber, ähm, an der Stelle sagt sie ja, also als Dorn sie belauscht oder sie alle da belauscht, sagt Buffy ja so von wegen, sie kann sie halt nicht rund um die Uhr beschützen und da kommt halt so ein bisschen, glaube ich, auch durch, was so das Problem ist, ne, die ist halt sauer, aber vielleicht nicht unbedingt auf sich, äh, auf ihre Schwester, sondern vielleicht auch ein bisschen auf sich selber, dass sie sie nicht besser beschützen kann. Auch das, absolut. Ne? Na klar, sie will ja ihre Familie beschützen. Und dann kommt das halt stinkig, ja, dann kommt das halt stinkig rüber, weil das wahrscheinlich Geschwister so tun, ähm, also manche Geschwister zumindest, ja. Na, was Dorn ja auch nicht mehr hört, ist, wie Buffy sagt, sie muss einfach ein bisschen vorsichtig sein. Also sie wird ja dann sofort ruhiger, sie muss einfach ein bisschen vorsichtiger werden und wir werden sie nicht, wir werden sie nicht zu einer, zu einer, keine Ahnung, selbstbewussten, starken Frau erziehen, wenn wir sie ständig nur in Watte packen. Mhm. Ja. Das hört Dorn halt nicht mehr, da ist sie schon weggerannt. Ja. Übrigens sieht man hier in der Nahaufnahme Buffys Narbe am Hals. Ich weiß nicht, ob es an der HD-Variante von Disney Plus lag und man das auf der DVD gar nicht sieht, aber ich finde, es sah ein bisschen mies aus. So. Buffy holt sich dann schnell die Info, wo Harmony's Versteck ist, in dem sie Spike verprügelt. Das müsste anscheinend auch nochmal sein. Reingestürmt, fünfmal auf die Nase gehauen und selbst nachdem er sie ihr sagt, haut sie auch nochmal zu. Danke dafür. I ship it. I ship it. Mehr sage ich dazu nicht. Wir sind dann in der Höhle von Harmony und die Minions fangen an, gegen Harmony zu rebellieren. Sie beschwert sich dann bei Dorn darüber. Harmony ist ganz schnell abgewählt. Bevor sie aber Harmony töten können, kommt Buffy dazu und sorgt für viele Staubhaufen. Harmony kann dann entkommen. Es wäre auch eine Schande, diesen Charakter jetzt schon aufzugeben. Sandra, was da noch kommt. Ich sag's dir, was da noch kommt. Das ist so, oh, das wird toll. Schön, wie der letzte Vampir mit diesem großen Holzeinhorn gefehlt wird. Das schließt den Kreis zu Beginn der Folge. Ja. Die beiden Schwestern entscheiden, auch in so einer Streitsituation ihrer Mutter nichts davon zu erzählen. Wir haben also so ein schönes Schwesterngeheimnis, das bondet natürlich nochmal. In der letzten Szene sehen wir, dass Giles sich den Magic Shop geangelt hat und seinen neuen Laden bezieht. Und währenddessen macht Buffy eine richtig schöne Anspielung auf die Lebenserwartung eines Spinal Tap Drummers. Ja, okay. Wer das nicht kennt, der Film, der Film, äh, This is Spinal Tap von 1984. Also ich hab den selber auch noch nicht gesehen, aber der steht relativ weit oben auf meiner Watchlist. Ist eine fiktive Dokumentation über die Heavy Metal Band Spinal Tap. Und da gibt's wo noch, da gibt's so den Running Gag, dass der Schlagzeuge oft wechselt, weil die immer unter mysteriösen Umständen ums Leben kommen. Pff. Pff. Dorn schreibt weiter in ihr Tagebuch, dass es Anja gut geht und Sender nicht sauer ist und deswegen, ne, alles ganz gut ausgegangen ist. Das ist gut, dass Sender nicht sauer ist. Das ist toll. Ja. Und wahrscheinlich hätte Buffy auch mehr Ärger bekommen als sie, meint sie. Ja. Buffy und Giles wollen nach hinten gehen und trainieren. Aber nicht ohne, dass Buffy noch dreimal betont, dass Dorn sitzenbleiben, nichts wegfassen, ach, am besten sich gar nicht bewegen und nur atmen soll. Mhm. Und Dorns letzte Worte für diese Folge in ihr Tagebuch, ihr werdet schon noch sehen. Hm. Hm. Mut. Hashtag Mut. Hashtag Mut. Auch schön, dass nochmal erinnert wird, dass Giles und Spike in ihrer WG-Zeit zusammen die Telenovela Passion gesehen haben. Wie verzweifelt waren sie eigentlich im letzten Jahr? Ja. Ich habe Spike in Passion gesehen. Was ist mit den zwei? Ja, dass auch Spike das so mitmacht, finde ich auch witzig. Spike wollte das ja sehen. War das so? Der war doch die Szene, wo er in der Badewanne festgekettet ist. Ach ja, ach ja. Und noch hinterher brüllt. Ja, 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 ja. Wo ist der Telly? Gleich kommt Passion. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich nehme alles zurück. Ja, ja. Mhm, mhm, mhm. So, ein bisschen Trivia. Heute nicht so viel wie letzte Woche. Okay. Sarah Michelle Geller hat sich unabhängig zum Casting, also zum Casting von Dawn, schon vorher für Michelle Trachtenberg ausgesprochen. Die sollte man mal beobachten. Vielleicht könnte man die ja irgendwie einbinden. Ja. Ja. Trachtenberg hatte wohl auch einen Brief an die Macher geschrieben, dass sie gerne Teil sein wolle der Serie. Was süß. Und ursprünglich war Dawn als Zwölfjährige angelegt, aber wegen ihr wurde es auf 14 erhöht. Ah ja. 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 Gibt's da eine Begründung? Also, warum sieht es heute? Weil die Schauspielerin schon älter ist. Weil sie älter ist. Ach so, ich dachte, sie hätte in ihrem Brief. Begründung für was? Na, dass sie älter ist, gemacht wurde. Ich dachte, sie hätte das in ihrem Brief geschrieben. Also, dass sie... Nee. Das sind unterschiedliche Informationen. Sie hat einen Brief an die Macher geschrieben, dass sie gerne Teil der Serie wäre. Und dann hatten sie wahrscheinlich diese Idee mit der Schwester. Und ursprünglich, ne, sollte sie zwölf Jahre sein, aber als sie dann Trachtenberg gecastet hatte, hat man gesagt, ja, okay, dann machen wir es in 14. Okay. Puh. So, Sandra. Wie viele Einhörner bekommt die Folge? Also, ah, das ist wieder so ein typischer Fall von, als ich es geguckt habe, dachte ich so, was ist das denn für eine grobe Scheiße hier? Ähm, und jetzt, wo wir nochmal so drüber geredet haben und so weiter, hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Das passiert mir häufiger bei Buffy, muss ich sagen, bei den Folgen. Ähm, also, weil es irgendwie ein fresher Ansatz ist, ich aber noch gar nicht wirklich einen Plan habe, worum es hier eigentlich jetzt geht, mache ich dreieinhalb. Ähm, ähm, ja, so ich begründen kann dies nicht. Also, ich muss vielleicht dazu sagen... Na, jetzt hau doch mal ein paar Theorien raus, was man mit der Scheißschwester auf sich hat. Na, warte, ich muss ja kurz vorher etwas erzählen dazu. Weil, äh, du hast mich ja erlebt, ich war übelst sauer, ne? Hat man gar nicht mitgekriegt. Und dann hab ich so, und dann hast du hinterher so einen Satz gesagt, wo meine Wut und meine Verwirrung und was auch immer ich da alles gefühlt hab, so völlig verpufft ist. Und da hast du gesagt, glaubst du nach vier Staffeln immer noch, dass die nicht eine gute Begründung dafür haben? Und ich war so, ach so, ja. Also, das hat so, das hat das so alles in ein anderes Licht gerückt. Weil, natürlich haben die dafür eine Begründung, aber ich musste ja erst mal sauer sein, dass es halt auch einfach eine fucking Schwester ist, die da auftaucht, ne? Das hatten wir ja in der Folge davor schon, dass ich das so ein bisschen... Das ist so klischeehaft, ne? Ja, ich war irgendwie, das hat mich so genervt, weil ich hasse das so, dass... Naja, Begründung habt ihr alle schon gehört. Und da hab ich mich so drauf versteift, als wir das geguckt haben, dass da ein einer Satz mich da so richtig rausgebrochen hat aus dieser Denke. Und deswegen konnte ich da dann bei den Stichpunkten und als wir jetzt drüber geredet haben, irgendwie auch nochmal so ein bisschen natürlich aus einem anderen Blickwinkel drauf gucken. Und ich find da gar nicht so beschissen, wie ich da beim ersten Gucken so mir eingeredet habe, also die ist halt eine typische 14-Jährige, zumindest aktuell, was ich von ihr weiß. Das nur so als drumherum und also wie so meine emotionale Entwicklung war, ja. Und also, ja, ich find's ganz schwer. Ich hatte dir ja vorher geschrieben, dass ich was aus dem Finale von da... Also ich versuchte, dieses Finale die ganze Zeit mit einzubauen und zu gucken, was ist mir denn vorausgesagt worden und was nicht. Und mir ist ein Satz im Gedächtnis geblieben aus dem Finale von der vierten Staffel. Da sagt Tara zu Buffy, was in ihrem Zimmer, also als sie gerade das Bett macht. Und dann sagt sie irgendwas mit Faith und dass sie das Bett gemacht haben. Und für wen denn eigentlich? Und da hat Buffy, glaub ich, nicht so richtig eine Antwort drauf. Und dann sagt Tara zu ihr, be back before dawn. Als Buffy sich auf den Weg macht, ihre Freunde zu suchen. Und ich weiß nicht, wieso, aber das hat sich irgendwie in meinem Hirn festgesetzt. Und als ich Dorns Namen gehört hab, dachte ich, ah, mhm. Freut mich sehr, dass dir das aufgefallen ist. Also, frag mich nicht warum, aber die Szenen, als Tara so Infos rausgeballert hat, war ich immer sehr aufmerksam, weil ich ja da auch so meine Ideen hatte, die sich ja bis jetzt immer noch nicht bewahrheitet haben. Also, keine Ahnung. Aber da hab ich irgendwie besonderen Wert drauf gelegt, dass ich Taras Worte mir irgendwie merke, so grob, was sie so für strange Sachen sagt. Und das fand ich halt wirklich merkwürdig, weil, also wie so, also mit diesem Faith and I just made that bad, was sie da sagt. Und dann halt be back before dawn, weiß auch nicht, ist mir im Gedächtnis geblieben. So. Deswegen hab ich das schon mal herausgefunden. Da bin ich ein bisschen stolz. Ähm, ja, ich weiß gar nicht so recht. Also, wahrscheinlich muss es, also es muss ja gefühlt erst mal, wenn es gut geschrieben ist, eine Verbindung haben zu dem, was sie zu viert, dritt, ich weiß gar nicht mehr genau, beschwört haben. Also, die erste Jägerin oder so. Und dann ging es die ganze Zeit um, 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 naja, Kräfte des Todes oder wie auch immer man es nennen will. Ich weiß nicht so richtig, wie ich es ausdrücken soll, aber, ähm, naja, dass halt ihre Kraft aus was Dunklem entsteht, so. Mhm. Oder entstanden ist. Und, also, wenn in dem Zusammenhang jetzt plötzlich eine Schwester hier am Start ist, vielleicht hat die ja auch mit dieser Kraft was zu tun. Also, ich glaube nicht, dass sie eine Jägerin ist, eine weitere, weil das wäre irgendwie, weiß ich nicht, fände ich komisch, würde nicht so richtig in die Lore passen, dass es halt nur eine gibt und wenn die andere stirbt und bla bla. Und meiner Meinung nach ist Buffy ja nicht gestorben in dieser, in dieser Folge da. Die hatten halt nur echt anstrengende Träume, so. Ja, aber die hat ihren, die hat ihren, die hat ihren, 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 ihren Death-Bonus ja schon aufgegeben. Ja, ja. Sie ist ja schon gestorben, eine neue Jägerin wurde ernannt. Das muss nicht nochmal passieren, wenn Buffy nochmal stirbt. Ach ja, richtig. Stimmt, das geht ja eh, das geht ja eh gar nicht. Ja, hast du recht. Faith muss sterben, dann kommt eine neue Jägerin. Richtig. Na gut, äh, wir wissen nicht genau, also, wir wissen es schon, also, naja. Ja, äh, das haut also nicht hin, wenn jetzt die Regeln noch die gleichen sind, vorausgesetzt, ne? Mhm. So. Ähm, deswegen ist meine einzige Idee gerade, dass, wie gesagt, sie irgendwas mit dieser, vielleicht mit dieser dunklen Macht zu tun hat, weil ja auch dieser Dude außerhalb vom, vom Laden so zu ihr gesagt hat, warte, ich hab's mir aufgeschrieben, I know what you are, you don't belong here. Mhm. So. Also, muss ja irgendwas mit ihr sein. Ich glaub jetzt nicht, dass, äh, äh, Jonathan wieder eine Parallelwelt geschaffen hat. Es würde mich aufregen. Das ist auch ein ganz wirder, wir haben ein ganz wirder Zauber. Ich zauber dir jetzt meine Schwester an. Weil so, hä, okay, cool, dann bastel halt eine 14-jährige kleine Schwester, okay. Ähm, nee, davon geh ich jetzt nicht aus. Ähm, ja, also, ich glaub, das ist aktuell, mit dem Stand jetzt, ich hab ja auch noch nichts weiter gesehen, äh, mit dem Stand jetzt ist das, glaub ich, meine erste Theorie, die ich hab, dass sie mit dieser dunklen Macht was zu tun hat und dass, dass daraus irgendwie was, also ein Mensch entstanden ist und dass da irgendwie scheinbar die ganze Welt verändert wurde, weil alle wissen ja über sie Bescheid und, und, äh, sie war schon immer da, so. Das denken sie ja aktuell gerade alle. Ja. Schauen wir mal, wa? Schauen wir mal. Mhm. Und, und, ich hab, also, ich weiß jetzt auch nicht, wenn, wenn das jetzt das Mysterium ist, so, mit, mit Dawn und dass sie irgendwann auf den Trichter kommen, warte mal, hier ist irgendwie was komisch, was wahrscheinlich ja so sein wird, hoffentlich. Ähm, dann, dann frag ich mich, wer der große Böse oder die große Böse oder die großen Bösen sind, ist. Also, da hab ich auch noch gar keinen Plan. Das, das, da hab ich auch irgendwie noch gar keine Richtung. Ja. Ich fänd's ganz cool, wenn's was, was ich ja geil fände, wär, wenn Buffy selber der Bösewicht irgendwann mal ist in der Staffel. Also, wenn die mal böse wird, wenn die, wenn die irgendwie ihrer Macht, wenn die ihrer Macht erliegt, sozusagen ihren dunklen Kräften. Also, kann ja jetzt in unterschiedliche Richtungen gesponnen werden, dieses dunkle Macht. Und ich mein, sie geht ja auch jetzt, äh, in der Nacht heimlich jagen und so. Also. Du kriegst von mir nur Mysteriöse. Ja, ist okay. Ich babbel jetzt auch einfach raus, was mir grad noch so ins Hirn springt. Also, das fänd ich, das fänd ich echt spannend, weil ich mag diesen, also, das ist natürlich irgendwie auch so ein Trope, so ein bisschen Klischee. Aber ich guck das gerne und lese das gerne, wenn jemand böse wird zwischendurch und da muss man die Person zurückholen und so. Ich, ich muss noch, Entschuldigung, dass ich jetzt so reinhage. Ja. Ich, ich finde, dass auch erst mit der zweiten Folge diese Staffel eigentlich richtig beginnt. Ja. Ich find die, ich find die erste Folge mit Buffy was dran, mega witzig, mega unterhaltsam. Aber die, die teest immer noch nur so Sachen an. Mhm. Gerade auch die letzte Szene. Und dann geht's aber erst richtig los in der zweiten Folge. Das, für mich, ist der richtige Start in diese Staffel. Ja, die erste war so ein bisschen, halt einfach so ein bisschen Vorbereitung irgendwie. Mhm. Also, lass mal kurz, äh, den Plottwist am Ende machen und für was anderes ist die Folge ja gar nicht da, so gefühlt. Ja. Ja, und halt lustig Dracula und Co. Ja, klar, aber. Dracula und Coca-G. Kommt immer um die Halloween-Zeit. Meine Lieblings-Zeit. Dracula und Coca-G. Wie Weihnachtsmann und Coca-G, nur in, in Grusel. In Blutig. Okay. Ähm. Also ja, ich glaub, das sind so mit dem aktuellen Stand meine Ideen, dass sie mit der Macht irgendwie was zu tun hat und ich fänd's nice, wenn Buffy böse werden würde. Okay. Aber, und wir sie wieder zurück, also, oder, und, und dann die Menschen, die ihr was bedeuten, sie wieder zurückholen. Aber, I don't know. Da ist ja jetzt kein Hinweis drauf. Das fänd ich gespannt. Ja. Wie fandest du die zweite Folge der zweiten Staffel von Angel und Grüße gehen raus an den gleichnamigen Podcast Hotel Hyperion? Die war nice. Finde ich auch. Die war, die war cool. Und jetzt weiß ich auch, also, ne, ich hab jetzt den Insider verstanden. Das war cool. Die hatten, die hatten einen richtigen, richtig guten Flow. Ja. Richtig einen Vibe auch, ne? Dieses, dieses, äh, was war das, 50er-Jahre-Setting? Ich glaube. 50er. 50er, 60er, ja. Kalter, kalter Krieg. Die Kommunisten werden, äh, werden verhasst und, äh, schlecht geredet. Mh, mh, mh. Ne, das war, war wirklich gut. Auch das Finale der Folge, das mag ich immer sehr. Das war echt cool. Das erste Finale der Folge. Ja, ja. Wo so Dinge passieren. Ja. Guckt euch Angel auf Disney Plus an. Nachdem ihr euch natürlich Buffy auf Disney Plus anguckt habt. Natürlich, natürlich. So, äh, ich hab, ich hab für heute nichts zu sagen, außer, schaut euch das letzte Einhorn an und weint. Ich verabschiede mich. Okay. Ich mich auch. Tschüssi. Grr. Au. 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 Vielen Dank.